Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Ich möchte hier einmal kurz zeigen, wie man zu früheren Zeiten mit dem Rechentisch gerechnet hat. Der Rechentisch ist ein Hilfsmittel gewesen, das schon von den Römern genutzt wurde und dann bis in das Mittelalter hinein auch in Europa sehr weit verbreitet war. Zu den Hintergründen hatte ich schon in einem anderen Video ein bisschen etwas erzählt. Erinnern wir uns noch einmal kurz an das römische Zahlensystem. Dieses besteht aus verschiedenen Zahlzeichen, nämlich i für die 1, v für die 5, x für die 10, l für die 50, c für die 100, d für 500 und m für 1000. Diese Zeichen können in einer Zahl nicht in beliebiger Reihenfolge auftauchen, sondern müssen immer an einer bestimmten Stelle stehen. Typischerweise stehen von links her kommend zunächst die größten Zahlzeichen vorne, also erst die m's, dann die d's, dann die c's und so weiter. Die Folge der Zahlzeichen ist also nach hinten absteigend. In der uns heute geläufigen Variante gibt es eine Ausnahme. Wenn man sehr viele identische Zeichen hat, also zum Beispiel c, 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 ist der Ausdruck recht schlecht lesbar. Deshalb schreibt man dann anstelle der vier c's einfach cd. Diese Inversion der Zeichen besagt, dass die 100 von der 500 abzuziehen ist und das macht den Ausdruck besser lesbar. Wir bleiben hier aber bei der Schreibweise, die die Römer ursprünglich verwendet haben, also c, 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 c für 400. Wir sehen hier auf der Folie einige Beispiele für gültige Zahlen, wollen das an dieser Stelle aber nicht weiter vertiefen. Die Frage, die wir uns hier zuwenden wollen, ist, wie kann man mit diesen Zahlen eigentlich rechnen? Wenn wir zum Beispiel diese beiden Zahlen hier oben rechts auf der Folie addieren wollen, also d, c, c, l, x, v, i, i, i plus c, 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 x, i, 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 wie können wir das machen? Nun, wir können versuchen, das im Kopf auszurechnen. Dafür würden wir heutzutage diese beiden Zeichenfolgen gewissermaßen dekodieren, also die römischen Zahlen in unser Zahlensystem umwandeln, 768 und 313. Dann die Addition im Kopf ausführen oder mithilfe eines Hilfsmittels und schließlich die Zahl wieder in eine römische Ziffernfolge umwandeln. Dieser Weg stand den Römern und auch den Menschen in Europa im Mittelalter nicht zur Verfügung. Was tun, sprach Zeus bzw. Jupiter? Ein Hilfsmittel, das Ihnen bereits zur Verfügung stand, ist der Rechentisch, den wir hier rechts auf dieser Folie schon einmal schematisch abgebildet sehen. Aber ich möchte das jetzt kurzerhand einmal an einem realen Rechentisch gewissermaßen durchspielen, den ich hier auf meinem Tisch aufgemalt habe und zeigen, wie man eine solche Rechnung mit diesem Hilfsmittel durchführen kann. Gut, ich sitze jetzt hier an meinem kleinen Rechentisch und habe hier oben schon einmal die beiden Zahlen aufgeschrieben, die ich gerne addieren möchte. Das ist dcclxviii, also 768 und cccxiii, also 313. Vorbereitet habe ich schon einmal den Rechentisch selber und wir sehen hier, dass er aus einer Trennlinie zunächst einmal besteht, wo wir hier den einen Summanden aufschreiben werden und hier den zweiten Summanden aufschreiben werden. Wir haben hier zusätzlich schon einige Rechensteine liegen, aber vorher müssen wir uns erst noch angucken, was die horizontalen Linien hier besagen und die Felder dazwischen. Wir sehen, dass die horizontalen Linien im Prinzip immer die Zehner sind gewissermaßen. Also zunächst einmal 1, dann die 10x, dann 100c und 1000m. Die Zwischenräume, die wir hier haben, stehen für die Vielfachen von 5, also 5v, 50l und 500d, also die Zwischenwerte. Wir haben hier also gewissermaßen jetzt genau die römischen Zahlzeichen stehen, nämlich m, d, c, l, x, v und i. Genau die römischen Zahlzeichen. Wenn wir diese Zahl d, c, c, l, x, v, i, i, i auf dem Rechentisch einstellen wollen, dann nehmen wir unsere Steine und legen sie hier entsprechend hin. Das heißt, wir haben hier einmal einen Stein für das d, den würden wir also in dieses Zwischenfeld hier legen. Dann haben wir zwei Steine für das c, die legen wir hier beide auf diese Linien. Dann haben wir einen Stein für das l, wieder in den Zwischenraum hier entsprechend. Dann haben wir einen Stein für das x auf die Linie, einen Stein für das v, also die 5 und drei Steine i, i und i für die dritte Zahl, für die letzten drei Einer, die Einerstellen. Auf der rechten Seite stellen wir nun die zweite Zahl ein. Das heißt, wir haben hier einmal c, c, c für die drei c's hier, jeweils einen Stein, einen x-Stein und einmal i, i und i. Die verschiedenfarbigen Steine spielen hier keine Rolle. Die habe ich nur gewählt, um die auseinanderhalten zu können, die beiden Zahlen. Das macht aber nichts. Die können normalerweise, können das alles identische Steine sein, die wir hier verwenden können. Das sind also jetzt die beiden Zahlen, die wir zueinander addieren wollen. Die Addition ist jetzt zunächst einmal eigentlich sehr simpel. Wir können nämlich einfach von oben nach unten anfangen oder von unten nach oben hergehen. Das ist vollkommen egal, wie wir das machen. Und einfach die Steine von der rechten auf die linke Seite hinüberschieben. Ich mache das einfach mal. Dann packen wir also zunächst diese Steine hier rüber, dann packen wir den Stein hier rüber und dann müssen wir die drei Steine hier rüber packen. So, damit haben wir jetzt natürlich noch nicht eine gültige römische Zahl hier stehen, denn so etwas wie 6-Einer, die kann es nicht geben im römischen Zahlensystem. Da müssen wir uns also noch etwas ausdenken. Was machen wir nämlich, wenn wir hier mehr als 5-Einer liegen haben? Dann nehmen wir kurzerhand eben 5 Stück hier von weg und legen stattdessen einen in den Zwischenraum darüber. Das ist immer die eine Regel, die wir haben. Immer wenn wir auf einer Linie 5 oder mehr Steine haben, ersetzen wir 5 davon durch einen einzelnen in dem Feld darüber. Die anderen Steine kann ich einfach weg tun, die brauchen wir nicht mehr. Dann gehen wir als nächstes her und müssen uns, wir machen das jetzt von unten nach oben hier, nehmen wir diesen Zwischenraum her. Und im Zwischenraum sieht die Regel etwas anders aus. Da gucken wir uns immer an, wenn hier zwei Steine liegen, dann machen wir ein ähnliches Spiel wie eben. Nämlich immer, wenn hier zwei liegen, nehmen wir die beiden und ersetzen sie durch einen auf der Linie darüber. Das heißt also, hier kommt anschließend dieser Wert darauf. Das ist also die zweite Regel, die wir haben. In Zwischenräumen, immer wenn da zwei Steine liegen, entfernen wir sie und ersetzen sie durch einen Stein auf der nächsten Linie. Jetzt gehen wir so weiter vor. Hier haben wir drei Steine liegen, das ist okay, da müssen wir nichts machen. Hier haben wir einen Stein liegen, das ist okay, da müssen wir nichts machen. Hier haben wir fünf Steine liegen, das heißt, hier nehmen wir jetzt wieder alle fünf weg und ersetzen sie durch einen Stein auf der Linie, Entschuldigung, in dem Zwischenfeld darüber natürlich. Und jetzt müssen wir weitermachen, jetzt haben wir wieder ein Zwischenfeld und in dem Zwischenfeld liegen zwei Steine. Was machen wir also da? Wir nehmen beide weg und ersetzen sie durch einen Stein, der hier oben drüber liegt. Und damit sind wir jetzt fertig. Wir können unsere Zahl ablesen, das ist nämlich m, ich notiere mir das hier gleich mal einmal, l, x, 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 i. Das ist also unsere Zahl, die wir hier jetzt herausbekommen haben und wenn wir das ausrechnen, dann ist das 1000, 1050, 13er, also 1080, 1081. Würden wir also heutzutage dafür aufschreiben. Und hier oben hatten wir stehen 768 und 313 und wenn wir das zueinander addieren, dann kommt hoffentlich auch genau 1081 dabei heraus. Auf diese Weise konnten wir also eine Addition mit dem Rechentisch durchführen und die Zahl, die am Ende herauskam, konnten wir einfach wieder ablesen. Der Prozess selber ist eigentlich ein sehr mechanischer gewesen. Ich habe immer ein bisschen mit Verständnis argumentiert, aber im Grunde genommen braucht man das nicht. Eigentlich ist das ein sehr formaler Prozess. Man muss von unten nach oben vorgehen. Man zählt, wie viele Steine auf den Linien sind. Wenn es fünf oder mehr Steine sind, ersetzt man je fünf durch einen Stein in dem Zwischenfeld darüber. Wenn in einem Zwischenfeld zwei Steine sind, dann ersetzt man die beiden durch einen Stein auf der Linie darüber. Das ist schon alles, was man machen muss. Dann kann man am Ende durch einfaches Ablesen die Summe wieder in eine gültige römische Zahl umwandeln. Im Grunde genommen ist das also ein sehr mechanischer Prozess, der gar nicht viel Denkaufwand erfordert. Eine Subtraktion ist dann ein kleines bisschen komplizierter, aber auch durchaus noch machbar. Richtig schwierig wird es allerdings, wenn man anfängt zu multiplizieren oder gar noch schwierigere Rechenoperationen durchführen möchte. Da verwendet man dann geschickterweise ein anderes Werkzeug, wie beispielsweise den Abacus, den wir uns in einem separaten Video hier auch noch anschauen werden. Das soll es zum Thema mit dem Rechnetisch gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Video.